Hallo und herzlich willkommen meine Pokémon-Freunde. Ich bin Marlon aka Pokobubu und ein Twitch-Streamer. Ich streame vom Montag bis Freitag jeweils 9 bis 13 Uhr. Falls ihr Lust habt, schaut gerne mal live vorbei. Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Während meiner Streams machen wir auch sehr oft Pokémon-Booster auf und die Highlights haben wir jetzt mal in einem Video für euch zusammengeschüttet. Ich hoffe, es gefällt euch. So, Glutexo. Kickli. Schicki. Ach Gott. Uh. Oh, ho, ho, glurak. Ist das eine krasse Karte. Vielen Dank nochmal an alle Leute. Sub-Range Schufe 5. Und ja, das sind halt die Booster, die jetzt dabei rausgekommen sind. Die wollte ich jetzt noch öffnen. So, Stern-Doo. Mankey. Nidorinar. Arctos gefällt mir aber. Und Slime. Oh, Slime-Ock hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Sehr geil. Aber das Arctos, das Artwork gefällt mir. So. Das Karpalor gefällt mir aber, das Artwork. Das ist ein sehr schönes Karpalor. Glumanda. Oh, wunderschön. Glumanda. Oh, wei. Lavados. Nehmen wir mit, den Burschen. Die ist echt wunderschön, oder? Ganz schnell, ganz schnell wegpacken, die Karte. So. Tantoxa. Antorn. Dragonier. Oh. Bisa, Flor und Celebi GX. Wupp, wupp. Sehr geile Karte. Und Lapras. Eine sehr geile Karte. Ja, oh. Die Last Pack Magic. Zwar nicht die Karte, die ich haben wollte, aber eine sehr, sehr schöne. Und, oh. Incineroar. Uff. A Fuego auf Deutsch. Incineroar. Mega. Bonita. Horn Liu. Nicki Minaj. Oh. Leute, wie geil ist denn die Karte? So. Karpalor. Sehr schön. Glumanda. Owei. Turtok. Sehr geil. Ich liebe dieses Turtok Artwork. Und, ein Hyperball. Aber guckt euch mal dieses Turtok an, wie wunderschön er ist. Und das Mauti Artwork ist ja Hammer. Tommelil, vielen Dank für den Follow. Tantoxa. Uh, Baby. Arctos. Ibo. Is he his lipid? Ruck Ruff. Pull Picks. Eine sehr schöne Energie. Und? Oh. Joa. Es fängt gleich mal mit einer V-Karte an. Nice. So. Wasserenergie. Toheido. Pierce. Is he his lipid? Komm. Irgendwas geiles. Irgendwas geiles. Sig Sigun. Ruck Ruff. Wullpicks. Okay. Geil. Geile Karten. Ibo. Das Rot am Telefon. Rettern. Ertrag. Wullpicks. Komm mal. Oh nö. Hör. Ey. Den kann ich überhaupt nicht len typen. Will nämlich mal Apple in der Typ. Wisst ihr was? Der wird nicht mal. Der kommt nicht mal in den Sleeve rein. Sonja. Und? Oh. Das ist aber ein geiler. Oh nein. Das ist aber ein geiler Hit. Oh. Rot am gefällt mir schon mal. Der gefällt mir gar nicht. Die Karte finde ich irgendwie süß. Muss ich sagen. Weber Rack. Oh. Die Karte für meine Freundin. Die liebt sie. Oh. So laucht so laut. Erst mal schön. Das erste Shiny. So. Oh. Feuerenergie heißt immer ein dicker Hit. Würde ich sagen. Feuerenergie ist selten was Schlechtes. Oder doch. Luxio. Lurak Eka. Ich glaube auch Evoli ist sehr geil. Die kommt auch mal zu Fancy. Äh. Fancy sage ich. Ähm. Kupfanti. Snom. Noch ein Kupfanti. Oh. Alter. Was ist denn das? Oh boy. Uh. Ei. 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 Mal gucken. Tropius. Balduin. Evoli ist nice. Seba. Alter. Was ist denn hier los? Drei Booster und drei dicke Hits? Ich hoffe das Video hat euch soweit gefallen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare was eure Lieblingskarte beziehungsweise eure Lieblingsreaction war. Sagt da gerne mal Bescheid. Würde mich freuen. Ihr kriegt auch bestimmt eine Antwort. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.